Hallo meine Lieben, heute möchte ich gerne mal mit euch herausfinden, was ist das, was das Tagesorakel, egal wann du dieses Video hörst, dir heute mit auf den Weg geben möchte. Wow, guck mal, der Seelenplan. Der Seelenplan bedeutet, du darfst dich in jeder Hinsicht entspannen und mutig deine Aufgaben angehen. Alle Menschen, hier auf die Renalen Sein, haben bevor wir geboren worden sind, einen Seelenplan, einen Seelenpark, ein Seelenversprechen abgegeben. Und du bist gerade in einer Prozedur oder kommst in einer Prozedur, wo dir deine Seele, die geistige Welt sagen möchte, egal was ist, in jeder Hinsicht darfst du dich entspannen. Es kommt die nötige Hilfe, es kommt der nötige Wegweiser, es kommt die nötige Therapie, es kommt die nötige Antwort, auf die du wartest, um in deiner Situation weiter voranzugehen, erneut zu starten oder zum Erfolg zu kommen. Und vor allen Dingen, sei mutig und gehe dann jede Aufgabe an, sobald du wirklich in deiner Kraft bist, dich diesem aufzustellen. Aber sei entspannt, ohne Druck wirst du den Moment erkennen, um die Aufgaben zu meistern. Wow, also, heute geht es um deinen eigenen Seelenplan. Ich wünsche dir alles Liebe, bis dahin, bye.